Das erste Battle. Okay, yeah, okay, yeah, yeah, yeah. Ich sag dir einst du bist Faker wie der 3 Plus. Er geht heute Abend K.O., das heisst das der Typ aufs Klymus. Hey, er ist ein rarer Bitsch, ich sage gleich einst der einzige Star, da bin ich. Ja, scheisse Galogen gegen Rapper gestummen. Er diskt nie, weil ich gerade im Fernsehen komme. Darum dreht bloß so Aschloch, denn meine Freestyles kommen live gerade im Radio. Hey, und alle hören dazu. Ich sag dir eins, mit dir habe ich nichts zu tun. Weil du bist so eine Ranggruppe. Ich sag dir eins, wenn du watsch, kannst du mal an meinem Schwanz rupfen. Scheissegal Schwanzlutzer, ich bin in dem Posen. Ich habe nichts da wie er als Arbeitslose. Scheissegal, also gehen besser aufs Raff. Denn meine Freestyles sind scheisse raff. Hey, ich bin cool, weil ich kann wenigstens den Kack treffen. Nimm den Kübel für deine Hackfresse. Hey, damit es da keiner sieht. Ich weiss, dass ich tausendmal geiler bin. Tausendmal geiler. Du bist hässlich und ehrlich gesagt brauchst den Kübel, denn du bist lesbisch. Scheissegal, ich werde dich gerade kastrieren. Denn der wird in den Kübel wegen mir ejakulieren. Ich bin lesbisch, ich ziehe ihm den Schwanz ab. Er hat gesagt, wir sind Two Girls, One Cup. Hey, aber du wirst reingehen. Du bist noch behinderter, weder der Shiva. Weder der Shiva, Two Girls und One Cup. Schau, das sind zwei und ich bin der Kack. Oder der Kack, du weisst es. Denn ehrlich gesagt sind die Leute, wegen dir nicht begeistert. Ich bin der Wahre Rapper. Da in den Galschen. Wenn er gewinnt, dann gewinnen die Falschen. Applaus für Big Smoke und Cyphermeister. Die Jury wird folgendermassen abstimmen. Sie werden die Hände zum MC, den ich Ihnen vorlese. Oder sie sagen einstimmig, es braucht eine zweite Runde, weil beide unterschiedlich sind. Nein, wir haben die Zettel. Sie haben die Zettel. Sie machen die Zettel. Ja wunderbar. Sie haben die Zettel. Möchtet ihr die Zettel? Ja. Sehr gut. Backsmoke! 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 Runde bitte!